Kommen Sie. Fürchten Sie sich bitte nicht. Es ist nur eine kleine Unannehmlichkeit mit einer großen, heilenden Wirkung. Dieses Gerät wird Ihre Dämonen vertreiben. Setzen Sie sich bitte. Wir legen Sie auf diese Bank. Es ist zu Ihrer Sicherheit. Das ist jetzt etwas kalt an der Stirn. Entspannen Sie sich. Haben Sie keine Angst. Jetzt.